hallo 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 ja hallo hier spreche ich da mit maxiv ja 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 hallo spreche ich da mit dem rapper maxi ja hallo es geht ja hallo es geht um folgendes hier ist bernd denn ich bin ihr ansprechpartner es geht um die serie vier blogs ne ja da haben sie ja wie bitte ja genau ich bin von der redaktion ich bin ihr neuer ansprechpartner bernd so es geht um folgendes wir haben jetzt die rücksprache bekommen also wir haben die rücksprache gehalten ja mit den regisseuren und allen und da geht es um folgendes ja sie 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 spielen ja die rolle des latifs ne genau genau da geht es jetzt um folgendes wir haben jetzt eine rücksprache erhalten das wird jetzt anders heißen sind jetzt fünf blogs da ist noch ein bezirk dazu gekommen ne ja also sprich da ist noch wie wird da ja weil da noch ein bezirk mit dazu gekommen ist ja das ist jetzt das ist jetzt ganz frisch ganz neu an ist so also bernd ist mein name bernd so da jetzt um folgendes da ist jetzt noch eine familie dazu hier kommt ja die heißt stefansson ja schwedische großfamilie ja das ist ganz neu das ist die idee vom regisseur ja es ist schon richtig das ist schon richtig aber wir haben großen anklang in schweden ja 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 ist nicht ihre sache da ist ja heute die andere idee ja das ist ja das ist darf ich aussprechen also das ist der schwedische sie sind gut lustig sind sie machen sie auch kommen die sagen sie mal wie geht es wie geht es wie geht es ich wusste dass sie irgendwas braun ist oder was kann man nicht wie geht es skandinavische großfamilie skandinavische großfamilie ja was wollen die verkaufen äh 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 apel schwedisch-gurtischen Bruder, ich rufe dich gleich nochmal an.